Theaterdarstellerin, Filmschauspielerin und Regisseurin, Margit Zart hatte viele Talente. Nun ist der Star der Nachkriegskinos im Alter von 95 Jahren verstorben. Wie der BR aus Familienkreisen erfahren haben soll, starb die Schauspielerin am Montag, dem 07. August. Margit Zart galt als die verführerische Schönheit in den Nachkriegsfilmen. Mit ihrem Ehemann, dem Bühnenbildner, Theater-, Opern- und Filmregisseur Jean-Pierre Ponelle war sie von 1957 bis zu dessen Tod im Jahr 1988 verheiratet. Das Paar arbeitet sogar zusammen, Jean-Pierre als Regisseur und Margit als Schauspielerin in seinen Filmen. Ihr gemeinsamer Sohn Pierre Dominique verschlug es hingegen in die musikalische Richtung, er ist Dirigent und Komponist. Margit Zart war eine Frau, die sehr genau wusste, was sie wollte. Das zeigt nicht nur diese kleine Anekdote. Ihre Mutter dürfte dabei keine geringe Rolle gespielt haben, eine sehr emanzipierte Frau, wie Margit Zart selbst sagte. Eine Lehrerin und dann auch noch alleinerziehend, in den 30 Jahren alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Der libanesische Vater verließ die Familie, als Margit fünf Jahre alt war. Ihre Jugend verbrachte sie in einem katholischen Mädchenheim, weitgehend geschützt vor der ideologischen Vereinnahmung durch die Nazis. Später zog sie nach München. An der renommierten Falkenbergschule studierte sie Schauspiel, arbeitete nebenbei als Model und wurde in den 50er und 60er Jahren zu einem bekannten Gesicht des deutschen Nachkriegskinos. Später zog ihn aus!